Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen im Autohaus Sinoklin in Rüsselsheim. Mein Name ist Ibrahim Lall und ich werde Ihnen heute diesen Audi A5 3.0 TDI Quattro aus dem Modelljahr 2016 vorstellen. Dieses Fahrzeug verfügt über Xenon-Scheinwerfer, PDC vorne-hinten, 19 Zoll Aluminiumfelgen. Ganz wichtig, das Fahrzeug ist dreimal S-Line. Einmal der Innenraum des Fahrzeuges. Da haben wir feinstes Leder-Alcantara-Mischung, Automatikgetriebe, hier einmal der Kofferraum. Wie Sie sehen können, haben wir hier auch reichlich Platz. Zur Innenausstattung des Fahrzeuges gehören einmal das Multifunktionslenkrad, Tempomat, die Lichtautomatik, das Automatikgetriebe, Navigationssystem und Sitzheizung. Sollte dieses Fahrzeug Ihr Interesse geweckt haben, so würde ich mich freuen, Sie vor Ort persönlich beraten zu dürfen. Autohaus Inoklu, die Familie Inoklu und ihre Teams vom Verkauf und der Mehrmarkenwerkstatt freuen sich auf Ihren Besuch.